MGP Roadster Problem 1. Zylinder Kolbenfresser Motor wurde ausgebaut, zerlegt, Schaltblock wurde eingeschickt zur Überarbeitung Motorzentrum zum Erneuern der vier Kolben, ohne der Zylinder, überarbeitung der Kurbelwelle und dann wurde von uns jetzt zusammengebaut, eingebaut, eingestellt und fertig. Im Video sieht man jetzt gerade auch noch, wie der überholte Motor wieder ins Auto eingebaut wurde. Das nennt man Hochzeit. Der Einbau ist soweit jetzt fertig und abgeschlossen und jetzt geht es weiter mit dem Probelauf und der Probefahrt. Das nennt man direkt. Musik 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 Musik